Was ist das, was mich am allermeisten berührt hat, das war wirklich Alex als Person. Dieser Mann ist mit so viel Herzblut bei der Sache und schafft zusammen auch mit den anderen Facilitätern einfach so einen Wahnsinnsrahmen. Er hält die ganze Gruppe zusammen, bis die Gruppe sich dann tatsächlich auch selbst halten kann und webt wirklich so ein Netz, dass da eine Gemeinschaft entsteht. Und ohne ihn wäre das einfach nicht möglich. Und die Gruppe, die kann so viel erst an ihm wachsen und später dann in diese Dynamik hereinfinden, um quasi zusammen weiter wachsen zu können. Und das ist wirklich magisch zu beobachten, weil da so viele Persönlichkeiten zusammenkommen, wo man gar nicht denken könnte, dass sie irgendwie miteinander harmonieren und am Ende ist es wirklich wie so eine Familie, so ein Tribe, der zusammenkommt. Was ich für mich persönlich mitnehmen konnte, ist wirklich dieses, jeder ist auf seinem Weg und es ist vollkommen egal oder gleichgültig, wie weit man schon ist. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und wir sind nicht alleine dabei. Das ist einfach die Power dieser Gemeinschaft. Das ist der Grund, warum wir das nicht alleine machen, sondern in einer Gruppe. Weil wir können uns gegenseitig auch nach so einem Retreat noch so viel tragen und so viel voneinander lernen. Und es ist unglaublich heilsam zu wissen, ja, wir sind alle Menschen, wir sind alle eins und wir können uns gegenseitig auch in unserem Alltag weitertragen. Ich würde das Retreat jedem empfehlen, der das Gefühl hat, vor einer innerlichen Mauer zu stehen, weil jeder von uns ist mal an einem Punkt im Leben, wo wir einfach nicht weiterkommen. Und da kann so ein Retreat eine riesen Abkürzung sein. Unser Verstand ist einfach limitiert und es gibt Dinge, die wir damit nicht greifen können. Und das Retreat, das zeigt diese Dinge auf und vermittelt gleichzeitig auch andere Wege. Und das ist eine riesen Abkürzung und jeder, der nicht zehn Jahre warten will, der sollte hierher kommen.